Ah gut, wer will sie? Ich möchte zwei abgeben, dann die beiden von ihm fällt. Ah ja, zawa-zawa-zawa. Wer will das schon, ne? Das ist ja auch nicht nett so was. Kann das sein, dass das gar nicht sie ist, die sie hier haben, sondern irgendwie anderes? Ja, was sie hier nicht aussieht, weil die gerade überhaupt nicht reagiert ist, irritiert mich ein bisschen. Hm. Ah, der weiß davon gar nichts. Heikles Spiel, Giacomo. Ja, ja, ja. Oh man. Hm. Ich hab, sie hat nichts für euch, nehm ich an. Hoffe ich. Sehr gut, sehr gut. Aber, ich sag, sie hat keine Kapuze, aber die Asentrolle hat eine Kapuze, die böse. Okay, dann war die wahrscheinlich gemein. Ich glaub, sie ist nicht sicher. Gut, spiel die Rolle weiter Melodia. Perfekt. Ich glaub, sie spielt doch nicht. Sie ist nur doof gerade. Jetzt hat sie zu viel erzählt. Hm. Hm. Aber sie wirkt auch nicht wie jemand, der entführt wurde irgendwie und das war doch der Aufhänger von der ganzen Sache hier. Äh. 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 Aha. Ist das eine schlaue Idee? Wir haben neulich erst gegen Folon abgelost. Und jetzt hat er noch zwei Leute oben drauf? Hm. Kalaska. Kalaska. Das wissen wir. Ja, nur ein bisschen. Ah, genau. Das war ja auch schon mal. Außer, wir haben echt heftig, wenn es dazu kommt jetzt. Das macht wie ein jeder. Ich hab ich geachtet. Alter, das spielt. Ich bin ja, dass die das mache, wenn es ein leichter Double Base ansatz ist. Und ob es einfach nur der E-Bassist, der gerade spielt. jetzt hier ist die base gerade aber elektronischer natur auch das ist schlagt hätte ich gerade recht metallisch ja doch gefällt mir genau so dass man nicht von dir die abrichtung ist da wir in so was von verlieren schwein gehabt die fände das hoffentlich jetzt die würden so was dann ablosen gerade vor allem bei dem ich mir doch vorher sagen ich stelle die kampf geschwindigkeit auf das normale runter denn bei 200 prozent reisen der starken typen mit der party ich länger nicht gelevelt habe schämlich ab die ecke jetzt kommt der bösewicht der der dunkle magnus wenn kämpfen so schlimm hier im wald ist ich habe es eben auch ganz viel gekämpft nur ich ging die da da ist nichts passiert das klingt nicht gut sieht doch nicht so gut aus ach den kenne ich doch schon muss er dann nicht ganz so silberlich aus doch das ist das gleiche das war jetzt aber klar ich bin raus natürlich natürlich alles klar wo wir schossen wirken dankeschön ihr pisser hauptsache auf die große machen mein lieber ja einer als die drei ganz ehrlich ich bin sicher die auch besiegt wir haben den schon mal besiegt im prinzip nur habe ich da noch versehentlich one hit ko an gab es in welchen gründen naja jetzt war ich ihr kampf mit dem 111 damit alles verkackt nein aber wir wissen schon mal seine anfälligkeit ich jetzt mal folge auch dabei sein also dunkelheit und aero passt wie im restlichen wald auch für mich ich bin geliebt aber das meiste schatz habe ich über negieren können das ist ja schon mal was 66 66 1 zu viel aber hauptsache nach 6 ich habe doch alles ab aber ja bringt nix wenn ich gegen feuer block würde ich sagen der chance haben sehr gering heil status leiden bitte einmal ein bisschen krasse aufzumachen ist egal hauptsache anfüssen erhöhen aber es hat geist gebracht übrigens staus leiden mit heilen wir haben auch gelähmt dass wir staus leiden heilen dinger sind einfach käse wozu braucht man dem spiel scheinen nicht zu funktionieren ich bin denn du dominan tendo aber ich weiß nicht aber egal naja durch mein voice bisschen bonus schaden gemacht ist auch nicht verkehrt oder mehr wir haben natürlich geiler gibt es geht mir so wie das nicht jetzt auch gerade nicht das karten glück macht man sich meistens aber irgendwie nicht auch kein wasser bei dem glaube ich das ist die gelebt super da kommt vorher wieder her heute auch wollte ich sagen einmal lüte ein bisschen ja ja ein bisschen das obendrauf müssen wir dabei sind anglisch ist immer nett ist ja klar wasser war eigentlich gut doch 33 44 das müsste reichen das war glücklich also das schaden wirklich ausmacht ja das ist guter schaden geworden ist ich meine der 30 von den brust ist nicht doll aber er war da da ist doch alles schick haben darf der dort angreifen sich nicht ein ich glaube auch noch ein leben der fiesling und noch mal erst dreimal in folge angegriffen der typ und jedes mal ja auch rein und aber leben mit abgesaugt ist ja mega gut da kommt freud auf sie mir fast tot hier deswegen läuft bei uns ich habe doch aufgelegt wie sie nimmt er ja nicht blöde handschuhe ist verdammt 666 und keine dunkleheit das oder was bringt und das tut hatte ich nicht fotografiert die radio aber ich habe ja ja naja 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 warte noch ein bisschen bis er ganz angreifen darf oder was werden sie damit wollen wir nicht Foto habe ich gemacht und man oh level oh das ist hoffentlich was für Lüb und n Ding Ich möchte betonen, gerettet, nicht entführt. Wie wäre es denn, Entschuldigung und ein Dankeschön und ein Festessen und Geld? Eins davon haben wir abgehakt, da fehlt noch was. Äh, die sagen, wie die Heikunscher weiß, wo es das einfache Ja auf Japan ist, ja auf japanisches. Das Festessen, Punkt 2, check. Die Entschuldigung brauche ich noch und Geld. Dann haben wir das meiste. Da bin ich zufrieden. Aber jetzt wollen die ja auch zum Herzog und ihn fragen, wollten aber ihn erpressen mit Melodie. Das geht ja jetzt nicht, also wir müssten ja nicht jetzt weg vom Herzog bleiben, oder? Stimmt. Lass uns dran. Das Geräusch gefällt mir gerade nicht. Das hat aber schon geklaut, der Enten, Magnus. Neu? Neu heißt er ist weg? Neu? 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 Doch, irgendwie schon. Wann ist das passiert? War es Folon, der fiese Typ? Uiuiuiui. Das ist nicht gut. Toll. Oder Melodie hat ihn geklaut. Ich weiß zwar nicht wann, aber... Unwahrscheinlich. So ein wichtiges Item ist bei der Fall. Ich bin genauso schockiert, also nein. Ja, ich weiß es. Wenn ich jetzt sage, ja, ich weiß es, was passiert da? Aber ich weiß es ja nicht. Ich bin neugierig, aber ich habe mir meine Syncro wieder zu verlieren. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich gesagt hätte, hä, du verarschst mich doch, ich mach keine Witze jetzt. Das habe ich jetzt Antwort gerade erwartet, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber die Frage impliziert irgendwie, dass man es vielleicht doch wissen könnte, aber... Also, das war ein Spiel, das gesehen hat, wo die Karte hin ist, aber ich habe Sven ja nicht mitbekommen. Und selbst wenn, glaube ich, aber man sagt, ja, es wird trotzdem mitgedacht, wo er ist, also... Das hätte ich nicht anders weitergebracht. Ja, da gehe ich nicht von aus, absolut nicht. Immerhin, die haben das bestimmt schon geklaut, das sage ich dir. Oder Melodia was? Die Unschuldsdame. Hm, jetzt suchen sie überall, ja. Tatsache, überall, krass, sogar im Dungeon. Hm, ist irgendwie lustig, dass wir überall suchen gehen. Tja. Ja, und als Schmuckstück verarbeitet, ne? Achso, nee, nein, falsch. Hm. Melodia war's. Naja, irgendwie bist du der Einzige, der da rangeht. Aber nur ein, wie das egal kommt. Harise, ich bin ein, wie ich meine, im Zweifel für die Angeklagte hat sich Luft aufgelöst, weil es halt Spezialmarkt muss ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hm, geklaut. Was ist das, wie das bedeutet, Sabina? Jemand wie Melodia. Jemand wie Melodia. Also Melodia hatte zumindest Kontakt, fordern und Co. eher weniger. Geht das wieder los. Der Verräter in ihren eigenen Reihen. Vielleicht war es der große Mitsuki. Und die meinten, als ich nach Mira sind, war es noch da. Also, tja, relativ Mira. Vor der Ankunft, zu Ankunft, da haben ich zu dir dabei. Lüt. 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 Ja. Sag ich ja. Aber er ist Magier. Er ist Magier. Er ist Magier. Mimai war es. Der Nebelfisch da unten. Ich sag es euch. Aber selbst wenn es einer von uns tatsächlich gewesen ist, was ich absolut nicht glaube, ähm, dann ist die Frage, wann ist das passiert und warum haben die anderen nichts davon mitbekommen und wo hat er die Karte dann verstaut? Denn wie die schon sagten, das Ding leuchtet. Das wäre doch irgendwie aufgefallen und die waren ja eigentlich nicht getrennt. Also auch nicht möglich möglich. Ja dann. Also. Kann das schon. Ja, habe ich da auch schon gesagt. Ja dann. Aber. Der Nebelfisch. Der Nebelfisch. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, den Dialogen ein bisschen Raum zu meinem Falten zu geben, bevor ich meine eigenen Mutmaßungen äußere. oftmals ergibt sich einiges dadurch nämlich. Nicht immer, aber manchmal. Die haben ja auch nicht gehabt, aber die haben ihn wenn dann da geklaut, aber nicht gehabt. Richtig. Eine gute Frage. Alles sehr gute Fragen. Na ja. Wer weiß. Genau, Savina. Nicht beschuldigen. Einfach sowas ist Käse. Ja. Danke, Karas. Vielen Dank. Hilft. Ja, 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 ja. Vielleicht weint Lüth, hör auf damit. Ich sag's euch, Melodia war's. Ich hatte Kontakt zu Callas. Die hat so unschuldig getan, die weiß bestimmt irgendwas. Giacomo war's nicht, die hat damit geprallt und ha 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 ha, ho ho ho, wir sind so böse, ihr seid so blöd und wir haben alles. Und auch wenn er sonst verloren gegangen wäre, den irgendeiner gefunden und wäre auch da gelandet, das muss Melodia gewesen sein. Nein, hat er nicht nötig. Hat er nicht nötig. Dafür hält er sich viel zu überlegen und ist er ja auch, momentan, irgendwie noch wirklich. Der muss noch nicht genau aufhetzen, um uns zu besiegen, das passt nicht zu seinem Ego, wie ich ihn einschätze. Versuchen wir's mal. Sagt die, die uns gerade erst da eingebracht hat mit der Spekulation. Ich sag's ja nur. Früher oder später, schätze ich schon. Ja. Tja, trotzdem vertraut meins keine mehr. So viele aus, äh, Pfeilchen auf einmal. Also nicht Pfeilchen, sondern Pfeilchen. Warte, Pfeil? Ah, egal. So, ähm. Ich hab ne Karte bekommen und die ist nicht für ihn. Naja. Oh. Nicht für dich. Och nö. Och nö. Wieso dann für dich? Seit wann ja die Dunkelheitsabschluss-Kombo-Sachen. Auch ne Premiere. Ist jetzt bloß Licht gehabt, ne? Also würdig bloß Licht gehabt zum Abschluss. Ist doch ein Abschluss, oder? Ne, ist das noch nicht mal. Aber es ist eine reguläre Dunkelheits-Karte. Okay. Ist ja merkwürdig. Man, sie hat ja schon Dunkelheits-Karte, die sahen halt so aus wie diese hier. Und ich hab jetzt ja noch nichts mit der Fünferstufe gehabt, was nicht ne Kombo war. Und dann wiederum. Ja, ist ja auch ne, ne. Wird schon eine Kombo-Fünnischer sein. Doch, doch. Muss es eigentlich. Trotzdem kurios, was hat sie halt bisher nie gehabt. Aber eigentlich war es mal einer Zeit, weil sie da dunkle Attacken soße nicht. Naja, schade. Denkt mir also erstmal nichts. Schwierig, zweiter, über einen Weckgespissen gehabt. Also das Spiel gestürzt, ne? So. Trotz mir rein. Kalas. Wenige Agi, mehr Verteidigung, weniger Angriff. Also das ist, ich hab aktuell sehr miese Widerstände, sehr miese Widerstände. Der hier hat sehr geile Widerstände, aber der Angriff geht halt ordentlich runter. Agi ist nicht so schlimm, weil ich hab ein hohen Level. Vergleichsweise hohen Level, das sollte okay sein. Aber ich bleib es dann bei einer aktuellen, bis ich merke, ich brauche hier dringend andere Sachen. Oh. Hat ja auch schon 90 gerade. Ein massiv besser. Habe ich den schon lange dabei, die Smart Ohrringe. Plus 18 Agi. Ich bin damit ganz viel schneller als die anderen Typen, die hier im Wald alle warnten. Mein Verteidigung und Angriff ist nicht so relevant, also nicht so viel mehr, aber auch der defensive Status ist nicht verkehrt. Was vorher gewusst. Weißer, Wiener fehlt noch was. So. Ich hab mich bei mir noch heilen. Und, äh, ganz wichtig, ich müsste jetzt theoretisch drei neue Sternenbilder anlegen können. Bevor ich es vergesse, gucken wir mal. Was heißt heute? Es sind drei Stück. Vier Stück sogar. Also haben die auf jeden Fall alle einzeln gezählt, der im Kampf, die ich bekommen habe. Und jetzt auch mal noch einer weitergabt, ich gar nicht mehr im Kopf hat. Okay, cool. Vier neue Karten, äh, Sternenbilder. Läuft. Na, ein winziges. Ah, ein schön großes. Ein größeres. Ist okay. Ui. Ja, mega. Wann das 70 gewesen ist, also ich weiß gar nicht mehr insgesamt. Nimm ein cheese. Goldkärtchen. Müsste ein ausgesucht einer sein, aber ich glaube für keinen von uns. Das war ich für den großen Mitsuid. Oh. Feuerpfeil. Sabine, aber das haben wir schon. Na, so ein Kack. Lichthof. Ehrlich, so spielt im Spiel noch einen Lichthof kriegen? Level 1? Komm schon. Aber hier. Der Schaden ist ziemlich hoch. Aber, er hat keine Verteidigungsmöglichkeit. Was nicht schlimm ist, denn ich nutze das meistens sowieso nicht als Verteidigung. Aber, man merkt wirklich irgendwie. Weil der Schaden wiederum nicht so hoch ist, weil ich sagen würde, ah ja. Ist nicht so schlimm, weil dafür hat er halt krasse Angriff. Aber das ist halt, ist halt, ist halt, ist schon höher als alles andere, aber, na egal. Ich nehme es rein. Ich nehme es halt rein. Und hier das haben wir schon. Das Einzige, das man machen könnte, wir hier anpassen, weil es eine andere Zahl hat. Das ist verträglich als die Anrufsarbeit, aber es scheint mir eher nicht der Fall. Das bringt mir also gerade nichts. Aber, aber ich habe immer noch das hier. Aha, okay. Für die Gesasstheil. Gibt einen fetten Bonus oben drauf. Auch, die ist ja schon schnell. Na, wir haben noch mal Fett-AG-U. Das ist richtig gut. Aber krass ist ja quasi nichts. Also wertetechnisch ist es ja nicht, ist ja ein Verschlechterung zum vorherigen. Es hat eher Statuswerte unterschiedlich. Also man kann euch sagen, dass wieder, hoppala. Ah, das Ausrüstungsteil an Warte 1, 3, 4, 5, 6. Stelle geil ist bei allen. Das ist gerade nur bei ihr geil, bei ihm halt nicht so geil. Rulgig. Na gut. Kann ich mehr als Kalas im Rang aufsteigen lassen, war ich mich gerade. Ihn auf jeden Fall. Ne, nur ihn tatsächlich. Ah ja. Geht auf 7 Sekunden Auswahlzeit runter. Das ist echt nicht viel. Das sind 3 Sekunden weniger. Das heißt 1, Ne, warte. Moment. Ich habe aktuell... Steht da gar nicht. Ich will es zeitlich haben zum Umbauen. Doch. 10 Sekunden. Das heißt, es sind 3 Sekunden weniger Zeit als vorher. Für mich heißt das... Ah, ich doppelt so schnell spiele. Nahezu 6 Sekunden weniger Zeit zur Auswahl. Das heißt, ich habe noch ungefähr 3,5 Sekunden Zeit, irgendwie was auszuwählen, wenn ich auf 2% spiele. Das ist ganz schön krass. Ich glaube, das haut dann echt nicht hier nicht. Probier's aus. Aber ich sehe das schief gehen. Ganz eindeutig schief gehen. Das ist ganzлем. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist.